servus und moin zu einem neuen video schön dass du mit dabei bist denn heute geht es um ein ganz besonderes kinderbuch es geht um ich nehme an er ist franzose david ouimet ich bin still aus dem mvg verlag es geht um ein introvertiertes mädchen welches still durchs leben läuft sie läuft still durchs leben gerade wenn andere um sie herum sind denn die anderen verstehen sie nicht wirklich sie verstehen nicht was sie sagt oder vielleicht möchten sie auch gar nicht verstehen und so träumt sie sich weg in dieser welt voller menschen und träumt dass sie in einem raum voller leute wegfliegt zusammen mit raben durch die welt fliegt bis sie bis sie auf bücher trifft bücher haben nämlich ganz viele sprachen und bücher verstehen sie und zeigen ihr dass sie einen platz hat in der welt dass sie gar nicht so anders ist als alle anderen und was für eine schöne message ist das vor allen dingen für alle buchliebhaber und buchliebhaberinnen wirklich eine unglaublich schöne message und vor allen dingen auch gerade für kinder eine hoffnungsvolle message von wegen es ist okay so wie du bist und das durch bücher zu lernen ist wirklich es ist so schön dieses kinderbuch zu lesen und man muss sagen also nehmen wir mal vom cover hier ab weil das cover muss ich ganz ehrlich sein das spiegelt auch irgendwie nicht so wirklich die stimmung des buches wieder so vor allen dingen wie es die illustrationen tun oh mein gott diese illustrationen also ich habe schon viele kinderbücher gelesen aber die illustration in diesem buch hier also ich habe kaum ein kinderbuch gelesen wo illustrationen so passend mit so einer raffinesse die stimmung des buches wieder spiegeln allein durch die farben durch kleine mini details also man kann sich wirklich wenn man sich hier ein bild anschaut kann man sich wirklich dieses bild immer wieder anschauen weil es immer was neues zu entdecken gibt allein so ein bild ja also herausragend und da sie zu finden die quasi als einzige ich hier sozusagen in die kamera schaut das ist wirklich so großartig illustriert und das zusammen mit dieser unglaublich schönen message dass es okay ist so wie du bist und das allein durch durch quasi bücher zu finden und dass sie ihre stimme durch die bücher findet und sagt okay eines tages werde ich eben nicht mehr still sein was für ein großartiges kinderbuch wirklich ich kann es jedem und jeder ans herz legen david oder david ue me ich bin still vom und aus dem mvg verlag wirklich wahnsinns kinderbuch geht es doch Oh Xiiiiiiii foram xiiiii xiii